Der steht noch so da. Super. So. Ja, das kriegen wir alles. Super, Leute. Wie gedacht. Dann. Machen wir da weiter. Ja. Mhm. Das ist doch das Schiff, mit dem wir, glaube ich, eigentlich... Na, äh... Na, wohin? Da hinkommen wir nach Altreft. Oder? Oder täusche ich mich da? Kleriker Rotte. Äh, ja, gerne. Ich glaube, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden, Fremder. Ich bin Kleriker Rotte. Wie kann ich euch helfen? Ja, offenbar gar nicht. Er mag uns auch nicht mehr. Klerikerin Serena. Danke. Ich glaube, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden, Fremder. Ich bin Klerikerin Serena. Wie kann ich euch helfen? Da hat es funktioniert. Und leider nicht mehr. So, es ist jetzt Zauber. Sieht so aus, als hätten sie die gleichen Zauber oder ähnliche Zauber wie der andere. Ja, ein der Gefährte. Die normalen Sachen, auch die normale Grün-Weiß halt. Ich schreibe sie trotzdem mal auf, Leute. Auf unserer Zauberliste. Eventuell gibt es hier ja einen Zauber, den wir noch nicht kennen. So, das ist Klerikerin Sirena. In Star Wind. So. Ja, dann. Das möchte ich öffnen. Das sind Stillpunkte. Stehen wir zuerst, aber mal. Hat funktioniert. Das ist ein Amboss. Hier dürfte sie uns nicht sehen. Und ihr auch nicht. Hat funktioniert. Wunderbar. Ja, das finde ich auch toll. Um was geht es? Ich grüße euch. Worüber wollen wir reden? Jetzt. So. Öffnen wir das. Kaiserliche Sicherheit. Sicherheit. Ah, okay. So. Ich komme hier leider nicht rein. Ein bisschen schade. Aber naja. Ein bisschen geübt haben wir da doch immerhin. So, dann haben wir das hier fertig. Dann möchte ich jetzt da rüber. Oder zumindest versuchen. Ich bin jetzt da rüber. So. So, hier. War das hier? Nein, das ist die falsche Seite. Gut. Dann gehen wir wieder runter. Hier ist es. Und schon so wie auf der anderen Seite des Tores. Okay, es sieht so aus, Leute, als wäre hierfür einfach nichts geplant gewesen. Es ist nur da, um schön auszusehen. Deswegen ist auch das Tor da. Ähm, in dem Fall, Leute, möchte ich wissen, sind diese Türen auch wieder falsch? Holztür, ja. Sehr schade. Hier haben wir so leider keinen Inhalt. Das hatte ich tatsächlich nicht erwartet, Leute. Na ja, wenn man ein bisschen schön sieht es aus. Oder vielleicht war hier auch wieder mehr geplant, als sie umsetzen konnten. Oder letztendlich umgesetzt haben. Ob sie es konnten oder nicht, ist eine andere Frage. Getan haben sie es letztendlich nicht. Das ist echt eine schöne Aussicht, Leute. Das sieht zwar fast nur Nebel, aber trotzdem. Schöne Aussicht. Okay, dann gehen wir hier wieder runter. So, und dann muss ich hier jetzt tatsächlich so wieder raus. Funktioniert. Okay, interessant. Sehr interessant. Okay, wir gehen da vorne rauf. So, damit haben wir jetzt auch hier alles und das alles und das alles. Und Kaserne haben wir bis auf das Beitritt in der Stadtmache auch. Dann versuchen wir jetzt, äh, den letzten Weg, den wir noch haben, den wir noch erkunden können, zu gehen. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Und zwar ist das hier. Ottos Waffen. Ich glaube, da war ich schon mal drin, oder? Nein? Der hat noch Zeug. Na dann. Wie viel kann ich überhaupt noch tragen? Ah, nicht mehr viel. Ein Elixier. Naja. Ah ja. So viel wiegt das Elixier, aber auch nicht. Dass das Unsinn so beweglich gemacht hätte. Okay. Dann hätten wir jetzt hier nur noch diese Flaschen. Super, dann nur noch unten. Und wir haben auch wieder ein Kilo weniger, Leute. Gibt es hier auch noch was? Nein, okay. Versuchen wir, schleichen. Und dann wird erstmal versucht. Ah, und 0,3 wegen dem Dienstag des Lehrlings. Auch noch. Abbruch. Das hier möchte ich. So, nehmen wir. Das wären 20 Kilo. Das geht nicht. 12. Das wären 46. Geht auch nicht. Aber hier würden 10 Kilo gehen. Also nehmen wir hier mal 100 mit. Und wenn man hier die Handflächen rasieren würde, könnte sie glatt als Affe durchgehen. So. Dann gehen wir wieder nach Hause. Ich bin eine Freude, mit euch zu kommen. Ich bin ganz hoch. Ah, okay. Es ist Abend geworden, Leute. Die Leute sind weg. Dann nehmen wir wieder Leuchtmittel her. Und dann nehmen wir hier mit der Kilo. Und dann nehmen wir hier mit der Kilo. Und dann nehmen wir hier mit dem Kilo. Es wäre mir eine Freude, mit euch zu sprechen. So, repariert. Zum Reparieren haben wir, glaube ich, nichts. Oh, die Auber hat 105. Die würde ich gerne nochmal kontrollieren. Mittel. Okay. Da habe ich, glaube ich, jetzt das Elixier irgendwo noch dazu bekommen. Genau. Ansonsten sollte das in Ordnung sein. So, Zutaten. Beim nächsten Mal müssen wir unbedingt wieder Routine machen. Pfeile waren es. Genau. Pfeile oder Bolzen? Bolzen sind es. Okay. Dann 105. Oh, sehr schön. Wieder ein Kilo leichte, Leute. Nehmen wir den hier. Der biegt 5 Kilo. 148, 105. Da kommt er weg. Und die He Chef hast du viel Rangers können. Der biegt 5 Kilo. Der ist sehr schön gut. Der biegt 3 Fürst 5 Kilo. 5 Kilo. Das ist ja schon gut. Wie viel wiegen wir jetzt eigentlich? 352 schon wieder. Ach ja, ich habe ja hier die 5 Kilo hier bekommen. Die ich gerade trage. In der Hand. Die ich gerade trage. Ich bin ganz hoher. Nein, halt. Ich bin ja hier. Und dann sollte ich vielleicht ein bisschen Ausdauer wieder anfangen zu sparen. So, dann machen wir jetzt erstmal wieder schleichen und holen uns das hier hinten. Mist. So. Was haben wir? Da ist nichts. Oh. Erstmal speichern. Ich weiß nicht, ob wir das alles nehmen können. Doch, wir konnten das alles nehmen. Wow. Hier ist nichts drin. Schuppen gehen. Läuferferdern gehen. Geht das? Geht. Ja. Dann sollte das nochmal gehen. Ja. Ja. Super. Okay. 33. Sick. Schade. Schade, schade, schade. Die Ausdauer ist ziemlich leer. Warum? Gut. Den einen darf ich jetzt halt nicht mehr. Aber den hier versuche ich noch. 6 Kilo. Sollten gehen. Funktioniert. Der Eisenhelm. 5 Kilo gehen noch. Und damit sind wir auch tatsächlich schon voll. Ja. Gut, die 2 Tonnen hier. Die könnten es sonst kaputt machen. Ich bin der Grad. Und wenn ich die Essentially телieise der Regierung selbst elected. Und wenn ich bin der Grad. Also, ich bin der Tit Looking.